Wenn du süchtig bist, du magst es nicht, du bist gefangen, ich verstehe es nicht. Ja, aber Bruder, sitzt du jeden Tag bei mir auf dem Schoß. Man, deiner, nein, wir haben doch nichts miteinander zu tun. Im Endeffekt ist mir das doch egal. Im Endeffekt ist mir das doch egal, das ist ja eine öffentliche Diskussion. Also ich wünsche dir nichts Schlechtes, ich wünsche dir auch nichts Schlechtes. Aber du bist einfach unglaublich süchtig. Nein, aber mit welchem Recht sagst du hier öffentlich, dass ich süchtig bin? Nein, das ist so. Du bist süchtig. Ja, aber woher willst du das wissen? Du sagst gerade, du kennst mich nicht. Wann habe ich das letzte Mal gespielt? Nein, du kennst mich gar nicht. Mit welchem Recht? Natürlich bist du süchtig. Du hast es damals gesagt. Du hast es damals selbst gesagt. Ja, vor drei Jahren. Du hast es selbst gesagt. Ja, gut, alles klar. Das ist keine Argumentation. Du bist süchtig. 100 Prozent. Aber ganz 100 Prozent. Das ist ein Widerspruch an für sich.